Moin Freunde, heute im Video haben wir was extrem nice vor. Heute werden wir pro Gegentor, was wir bekommen, jeweils immer ein T-Shirt, also eine Schicht T-Shirts mehr anziehen. Und das heißt, wenn wir zehn Gegentore pro Spiel bekommen, ziehen wir einfach zehn T-Shirts an. Sollten wir das Spiel am Ende gewinnen, können wir alle T-Shirts wieder ausziehen. Sollten wir das Spiel verlieren, werden die T-Shirts ins nächste Spiel übernommen. Leute, ganz, ganz wichtig, im 2021 will ich unbedingt es schaffen, die 10.000 Abonnenten zu erreichen. Wenn ihr mich auf den Weg supporten wollt, sagt allen euren Freunden Bescheid, da eurer Familie Bescheid und lasst auf Ehren ein Abo da. Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Viel Spaß beim Video. So Freunde, ich habe jetzt hier einige T-Shirts aus meinem Schrank rausgekramen. Ich hoffe, die reichen. Es sind locker so über zehn Stück. Und wenn die nicht reichen, nehme ich ein paar Pullis. Und ich würde sagen, ich bin komplett online gespielt, aber wir gehen direkt ins erste Game. Wir werden hier ein bisschen auf ganz entspannter Basis Solo-Ranked spielen. Ich hoffe, ich hoffe, das wird was. Ich hoffe, am Ende sehe ich nicht aus wie das Michelin Männchen auf Wish bestellt. Leute, viel Spaß. Let's go. So, Freunde, da sind wir jetzt auch schon im ersten Game gegen den lieben alten KDM, was auch immer, der Scheiß drauf. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier probieren, so wenig Gegentore wie möglich zu bekommen. Und wenn wir das Game am Ende noch gewinnen sollten, wäre natürlich Maschallah. Aber ich habe gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock. Ich bin komplett uneingespielt, jetzt hier gegen irgendeinen Dia-Schwitzer gleich ein zweistellig zu bekommen. Aber vielleicht wird es auch gut für mich an. Vielleicht muss ich auch das ganze Video nicht ein T-Shirt anziehen. Vielleicht wäre es da ein bisschen langweilig. Direkt nach einer Sekunde ziehen wir direkt das erste T-Shirt an. Let's go. Nach sieben Sekunden, das kann ein übeles Video werden. Das kann ein übeles Video werden. Direkt wir gehen direkt rein. Zack. T-Shirt numero dos an. Let's go. Eigentlich hätte ich die Oberkörper freistarten sollen. Vielleicht können wir im nächsten Video ja machen. Für jedes Gegentor ein Kleidungsstück ausziehen. Ne, Regi. Hey, gutes Spiel, Leute. Ich bin echt gut eingespielt. Ich liebe Anforsorge. T-Shirt Nummer drei. Nach lieber 14 Sekunden. Jungs, ich gehe gerade mein Bestes, ne? Digga, ich muss mich auch echt immer beeilen. Aber es geht direkt weiter hier. Oh mein Gott, das fühlt sich jetzt schon eklig an. Ich muss unbedingt das Spiel gewinnen. Ich darf auf gar keinen Fall die T-Shirts mit... Oh, let's go, let's go, let's go. 2-1. 2-1. Ich darf auf gar keinen Fall die T-Shirts... Digga, das fühlt sich so komisch an. Und meine Schultern an. Als hätte ich einen Anzug an, einfach. Ne, ich darf auf gar keinen Fall das Spiel verlieren. Ich darf, ich will am Ende wieder nur noch mit einem T-Shirt da sitzen. Let's go. Oh, ne, nicht noch ein Kick-Off-Goal. Gönnen. Gönnen degenie. T-Shirt numero. 4 wird angezogen. Also das dritte, das vierte. Der zum Glück habe ich auch n paar T-Shirts, die ein bisschen größer sind. Nein, 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 nein. Falsch rum, nein, 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 nein. Nein, T-Shirt ner. 5. Digga, ich hab kaum noch T-Shirts. T-Shirt hätte es glaube ich gar nicht laufen können ich krieg es nicht an ich krieg es nicht an nein 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 anziehen die nummer 7 jetzt kann ich gleich wieder zocken nicht mehr an jetzt kommen ich bin wieder da jetzt muss wir rasieren 6 1 hinten nach 30 sekunden ich glaube schlimmer hätte das video gar nicht starten können ich bin ganz ehrlich nee 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 übrigens das ist glaube ich 3 oder die 1 niveau ich bin mir gerade nicht ganz sicher irgendwie so ok wenigstens jetzt einfach versuchen kein gegen torsack hier ist kassieren und vielleicht vielleicht drehen wir es ja noch das ist ja das geile rocke hier ist alles möglich steht sogar nur noch 6 zu 2 barm schild der ist breit aus bisschen bei reapers like grüße gehen raus an der stelle hey come on weiter 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 hälfte des spiels vorbei ist noch nichts verloren wir können das ding noch drehen die meisten gegen tor habe ich einfach kassiert weil ich zu langsam bin scheiß t shirt anzuziehen und jetzt müssen wir hier direkt probieren das dritte tor zu machen das sieht auch ganz gut aus let's go 6 zu 3 nur noch 6 zu 3 wenn ihr irgendwelche tipps hat wie ich mich schnell verbessern kann wenn irgendwas seht was ich übel falsch mache was man unbedingt ganz schnell ändern muss in der rotation wann ich zum ball gehe was auch immer dann lasst mich das gerne in den kommentaren wissen jetzt hier vielleicht mit einem guten flick sehr schön schön in winkel geballert jetzt nur 6 zu 4 wir haben zwei minuten zeit ich muss mir abgewöhnt zu sagen ich bin normalerweise für die ganzen leute die mich jetzt hier vielleicht das erste mal schauen ich bin normal also ein fulltime streamer also ich mache kaum videos und jetzt habe ich das gefühl dass ich ein paar mehr videos bringen sollte und wenn euch das gefällt dann das super gerne leichter wird mich super super doll unterstützen und dann kommt es ist einiges ich habe einige sachen jetzt in zukunft geplant die euch zukommen werden sie werden super geil die werden super geil auch ganz ganz wichtig für die ganzen leute noch mal in den osterferien wird ein auch schade gefasst ist 56 in osterferien wird ein 200 euro rocket league turnier geben solo duo und trio und da könnt ihr auf jeden fall hier auf ehren abo da lassen die glocke aktivieren um das nicht zu verpassen würde mich super super freuen wäre super super geil man schwitzt auch des todes man ist so warm und da gehen grüße raus an strom hier auf jeden fall der sogar im winter mit einem kurzen t-shirt und da kurzen hose rumläuft jetzt hier vielleicht mit einem guten flyer sehr schön sehr schön sehr schön sehr schön 6 6 6 6 6 6 6 6 6 eine minute ist noch eine minute ist noch das können wir noch echt gewinnen dann kann ich alle t-shirts wieder ausziehen das wäre sehr sehr entspannt oh no nein 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 auf gar keinen fall macht zu denen auf gar keinen fall diggy nein 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 ich habe keine ahnung welches shirt ist das aber ihr seht wahrscheinlich hier unten links in der ecke angewandelt schnell 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 oh mein gott ich krieg es kaum noch an oh mein gott 2 1 oh mein gott ich habe es geschafft digga ist strammt ich habe angst dass meine t-shirts zerreißen oder so oh no 15 sekunden noch 15 sekunden noch ich will auf gar keinen fall sehr schön komm 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 nein 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 der geht nicht der geht nicht ich hab geht der let's go nee 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 das heißt wir müssen jetzt noch ein t-shirt anlassen und die t-shirts bis zum nächsten spiel anlassen ich habe noch zwei shirts ich habe noch zwei shirts nee 8 zu 7 das erste match verloren ich glaube schlimmer hätte es gar nicht enden können ich glaube es hätte nicht schlimmer sein können 8 zu 7 das erste match verloren jetzt müssen wir unbedingt also ich werde jetzt ganz schnell noch ein t-shirt anziehen und dann müssen wir hoffen dass wir das nächste spiel unbedingt gewinnen und wir dürfen nicht zu viele sonst muss ich noch pulleys drüber anziehen oh mein gott ich habe nur noch ein t-shirt oh mein gott es geht nicht ich fühle mich wie let's go wir gehen rein ins nächste spiel so leute wir sind jetzt hier im nächsten spiel das schlimme ist wir haben jetzt was weiß ich schätzungsweise 10 shirts oder so an und die dürfen wir das ganze spiel über nicht ausziehen das heißt es kann nur noch Leute nur noch t-shirts dazukommen das heißt wir dürfen auf gar keinen fall jetzt hier gegen tore kassieren wir müssen jetzt hier defensiver spielen so defensiv spielen wie es geht und versuchen so viele tore zu machen wie es geht dass wir das ding auf jeden fall gewinnen ich gehe auf gar keinen fall ins dritte spiel hier nochmal mit noch mehr t-shirts rein oh no oh no mein letztes shirt ich muss es anziehen mein letztes shirt scheiße dicker jetzt darf ich kein gegenturmhäber passieren sonst werden es pulleys und dann werde ich sterben dann werde ich einfach sterben ich habe keine shirts mehr das ist mein letztes shirt let's go alter tut es weh oh mein gott ich kann mich nicht mehr nach vorne lehnen wir müssen das spiel unbedingt gewinnen neen ne 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 nein was ist das was das nein scheiße ich mache das so hat sie hat sie hat nicht umgekrempelt der pullover ist nicht umgekrempelt nein 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 nicht gar nicht Nee, 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 ich musste in meinem Schrank laufen und hoffen, dass ich noch Pullis drin hab. Ich hab noch Pullis drin. Der wird der nächste anziehen. Der eine hängt hier schon auf halb acht, weil der nicht weiter runter geht, weil mein Bauch schon so fett ist. Oh, hey, na. Kennt ihr den? Scheiße. Jetzt full concentrate gehen. Den mach ich. Let's go, let's go, let's go. 4 zu 1, 4 zu 1. Nee, kein Art Kick-Off-Go jetzt hier. Den hässlichsten Pulli, den ich je in meinem Leben gesehen hab, zieh ich jetzt an. Ich weiß nicht, warum ich den noch hab. Ich komm mit meinen Armen nicht mehr rein. Ich komm mit meinen Armen nicht mehr rein. Nee, nee, ich komm nicht rein. Ich komm nicht rein. Ich muss den so spielen jetzt hier. Scheiße. Oh mein Gott. Ich komm nur so rein. Mehr geht nicht. Es kann ja nicht sein, dass ich... Zweimal. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich komm... Ich komm nicht rein, Digga. Hey, na? So muss ich jetzt spielen. Ich hoffe, das ist okay. Scheiße. Ich kann nicht mehr. Ich hätte bei allen zwei Gegentoren einen Pulli machen sollen. Weil ein Pulli ist, glaube ich, mehr als doppelt so dick wie ein T-Shirt. Nein, der geht nicht. Oh, mein Ellbogen strammt auch langsam. Ich hab Angst, dass ich, keine Ahnung, Thrombose oder so scheiße bekomme. Let's go, Let's go. Let's go, let's go, let's go. Oh, mein Gott. Dann machen wir im letzten... Jedes Tor, was ich schieße, darf ich auch wieder ein Kleidungsstück ausziehen. Weil sonst sterbe ich hier. Machen wir im letzten Game dann. Was macht der? Okay, ich mach jetzt kein Tor. Oh, dann lassen wir es jetzt so. Dann lassen wir es jetzt so. Ich kann nicht mehr. Einfach. Komm, mach ihn noch. Sehr gut. Ich sehe aus, als hätte ich eine Weisheitszahn-OP oder so gehabt. Ich muss noch mein Headset so drüber setzen. Moment, Freunde. Kennt ihr den? Ich kann nicht mehr. Danke, Bruder, dass du mich außer Hops genommen hast, Bruder. Kuss, geht raus. Ich kann nicht mehr. Pause. Schnell, letztes Game. Ich darf nicht zu lange warten. Dann sterbe ich hier. Okay, let's go. Auf gar keinen Fall ein Gegentor kassieren. Und jedes Tor, was ich schieße, kann ich ein Kleidungsstück ausziehen. Hoffentlich ist es ein Noob. Ich brauch so einen richtigen Noob jetzt hier. Nee, Digga. Ich müsste am besten gegen mich selber spielen. Komm, gönn. Der hält dir nicht. Digga, die EFK. Let's go. Ich krieg den nie wieder aus, den Pulli. Oh mein Gott. Let's go. Oh, ist das befreiend. Ist das befreiend. Let's go. Jetzt sieht es gar nicht mehr normal aus. Weil ich bin ja auch normalerweise ein sehr breit gebauter Typ. Genau so einen Gegner habe ich gebraucht. Let's go. Das sind alles die ersten drei Games gewesen, die ich heute gespielt habe. Ohne hier irgendwas zu faken oder so. Let's go. Digga, der ist komplett lost. Let's go. Der rafft gar nichts. Controller gedroppt. Chillig. Ja. 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 Juhu. Oh. Da sieht man wieder meinen massiven Bizeps. Ja. Ja. Nein, was? Komm, mach das Eigentor oder so. Digga, der Typ wirklich. Ich glaub, der spielt Mobile oder so. Da will ich mich doch verarschen, Digga. Der will mich doch verarschen, Digga. Ach. Der geht, der geht, der geht. Let's go. Der wird wieder ausziehen. Weiter, weiter, weiter. Ja, wenn ihr wüsstet, wie es jetzt in meinem Zimmer hier aussieht, ne? Wie soll ich das meiner Mutter erklären? Komm, wir müssen ihn bampen und dann das Tor machen. Let's go. Oh, T-Shirt für T-Shirt. Oh, aber what the fuck? Ich krieg's nicht aus. Scheiße, man, die sind doch safe alle ausgeleitet jetzt. Er ist nicht da. Let's go. Direkt das nächste. Oh, es zieht. Oh, es zieht. Oh, fuck, Alter. Es fängt an zu miefen. Oh, chillig, Jungs. Let's go. Er gibt auf. Er gibt auf hier beim 7 zu 1. Auf ganz entspannter Basis. Und damit, Leute, würde ich sagen, war es das jetzt auch mit dem Video. Leute, ich weiß nicht, wie viele Schichten wir jetzt hier jetzt noch anhaben. Auf jeden Fall sind es einige. Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst super gerne ein Like da und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst würde ich sagen, wieder schauen und drinnen gehauen. Oh, Mann, gar keinen Bock, jetzt hier die ganzen Dinger auszuziehen. Alter, wie viele sind das? Oh, es fühlt sich langsam wieder wie ein Mensch an. Gleich haben wir es. Oh, ich glaube, es war ein bisschen warm. Oh, natürlich, Digga. Hi, ich bin Larry. Hi. Ich liebe Dixie so hart. Dixie. Haut ja kein Bad, aber hänge rum mit Lash. Hänge rum mit Lash. Ich bin Larry. Larry. Gib du wie ich Lippe. Gib ein Pick auf meine Lippe. Denn Dixie ist meine. Meine. Oh. Oh. Ich schwänze sogar Schuhe nur für sie. Nur für sie. Und Dali, ich bin von Geld. Versteckte sie im Schrank. Denn meine Eltern sind...